Wer kommt? Schacke Der Matze kommt! Ja, das Körperspannen aufmachen. Die Körperspannen richtig durchdringen. Und dann in dieser Position. Und dann in dieser Position. Das ist das Gefühl. Der Bannkopf etwas in der Hand. Genau. Und so kippst du dann nach vorne, okay? Fast. Du bleibst dann wieder in dieser Position, wenn du wieder hoch kommst. Es kann passieren, dass sich das Bannkopf in der Hand tut. So ist dein Kopf geschützt. Wenn du wieder in dieser Position bleibst, dann merkst du, dass du ruhig da bist. Das ist ein Nationalpark zu sein. Die ersten zwei, drei Warten. Du guckst halt. Umlassen. Abspielen. Okay? Überschnecken. 15. 15. 15. 15. 20. 16. 12. und 20. 23. 13. 3. Ent Presentation. 15. Southplay. 15 15. 15. 16. 17. 3, 2, 1, Angie! 3, 2, 1, Angie!